Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zurück hier zu Tomb Raider. Wir waren genau hier. Und müssen das alles jetzt nochmal mit den Seilen machen. Ähm, da war auch noch eins. Weil das war jetzt ein Speicherpunkt, denn meine Aufnahme-Session ist nur ein bisschen her. Deswegen. Ja, jetzt hier gehen wir halt nochmal im Klupen. Das hatten wir hier. Ist voll. Und ich würde sagen, es geht jetzt weiter. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Jetzt kommt hier gleich erstmal wieder ein kleines... Oh ne, warte. Warte, Mensch. Was ist hier? Immer wenn es irgendwie so ein Plateau gibt, muss ich da irgendwie mal instant hin. Aber hier ist nichts. Vielleicht dann noch mal gucken. Im Wasser leuchtet es. Das ist jetzt nur ein Schimmern. Weil gerade so Geocoaches oder so. Ähm. Deswegen. So. Das hier ist heute toll. Ich habe meinen Timer vergessen. Rede. Ähm. Ich habe was gemacht. Ähm. Ah. Das kriegt man gar nicht. Oh, da kippt man. Kann ich das da anbringen? Das ist doch schade. Das wäre jetzt vielleicht cool gewesen. Weil, wie komme ich denn... Ich kann ihn ja nicht mal mit meinem Kletterhaken oder so hoch. Ähm... Ah! Wait, ich weiß wie. Warte mal, dann fang ich hin. Kann ich hier hin? Nein, okay. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Haha. I know it. Okidoki. Ja, ganz schön. Ja, kommt es? Nein, nicht. Doch, doch. Nicht. Ich glaube, es ist jetzt schlauer, darauf zu wechseln, ne? Obwohl, ich kann eigentlich ganz gut mit der Pistel... Ja, ich glaube, es ist so gut mit der Pistelung. Ja, ich glaube, es ist so gut mit der Pistelung. Ach, das ist Ross. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier kommt Pilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entfindet, bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Und uns sammeln, wenn wir Sam wiederhaben. Ich kann ihn doch nicht einfach ins Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Hätte ich aber auch nicht. Also, ich wäre glaube ich auch zu einer. Ja, schieß was. Erreichen Sie das Rauchsignal. Ja, welches? Das hier, oder? Also das da hinten. Okay. Das sieht ja erstmal nett aus. Okay. Ähm. Ich würde sagen, wir setzen uns erstmal hin. Kein Tagebuch. Wir haben aber einen Fähigkeitenpunkt. Den werden wir dann natürlich vergeben. So. Schauen wir nochmal drauf. Also das haben wir. Und das haben wir. Als nächstes. Ähm. Gewicht hier bei ihr. Ich möchte ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Der maximalen? Aber das kann ich noch nicht nehmen, oder? Nee, das kann ich noch nicht. Okay. Kämpfer. Was haben wir denn hier? Halten sie mehr aus. Werfen sie in Faltensteine, um anfällig zu machen. Jäger. Also das und überleben. Äh. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir nicht. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Aber so bekommen wir mehr EP. Das finde ich eigentlich ganz stark. So. So. Ist hier irgendwas zum... Kann ich mit ihm reden? Ähm. Warum? Lara, wenn du schon drauf gestehst, solltest du nicht rödeln. Tut mir leid, Ross. Aber ich kann ihn nicht einfach da draußen alleine lassen. Ja. Okay. Ich dachte irgendwie, vielleicht bekommen wir noch eine coole Info. So. Ähm. Okay. Achso. Vielleicht soll ich mal meinen Bogen nehmen. Wollt. Das ist doch klappen. Komm. Halt mir Schauber. Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich geh runter zu den anderen. Hier rüber. Was ist denn Alter? Holger. Bringt uns alle um. Oh! Ja, easy! Was wollt ihr? Bogen! Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht, und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei! Ob das so schlau ist? Ich muss eigentlich jetzt zurück zum Lager erst mal gleich. Ich will dieses abgewählt haben. Okay, hier ist irgendwo was verstecktes. Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Tanzende Pilze? Klingt das sehr lecker! Sind wir hier bei den Stamps? Oder warum tanzend? Bergen! Nice! Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent wir jetzt eigentlich lupen können. So. Ich will... Wait. Okay, da kann ich nicht hin. Ich will zurück. Hä? Leute, wo ist... Ach, da ist mein Seil! Leute, ich komm nicht zum Seil hoch. Toll. Was ist das denn? Achso, das ist das Feuer. Ich glaube von dem... Von dieser Gruppe, von der grad die Rede war... Ach guck mal, hier können wir wieder was entzünden. Ähm. Warte. Zack. Angst. Achso. Sorry. Nice. Ich glaube jetzt kommt ein Speicherpunkt und wir kämpfen. Okay. Okay, doch nicht. Komm ich da jetzt so hoch? Ach, nice. jetzt. Also ich spiel jetzt so lange, bis es einen Speicherpunkt gibt. Ah, okay. Mhm. 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 Ey! So. Wie komme ich denn jetzt da hin? Wo komme ich denn jetzt da hin? Wie komme ich da hin? Hm... Nein! Oh... Geheimnisgraf? Lol... Ah, warte... Geocoaches! Nice! Alter, wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Hallo? Normalerweise kannst du doch da auch mal hoch springen. Wow, danke! Wow, danke! Jasper, was ich hab mit? Ah... Okay. Okay. Ja, fang! Waren wir doch schon mal. Oder nicht? Hier waren wir doch safe schon. Ja, hier waren wir. Ja, also ich bin dir irgendwie gerade ziemlich sicher, dass wir hier schon mal waren. Okay, vielleicht sollte ich da nicht so runter. Vielleicht sollte ich mit dem Seil runter. Das ist doch hier das Haus. Du kannst mir sagen, was du willst. Also, hier waren wir schon mal. Das ist... Hier waren wir schon. Lol. Alter, wie... Wir sind da, wo wir schon mal waren. Nur, dass es jetzt hier natürlich anders aussieht. Na, hier waren wir schon. Oh, warte. Wir haben uns gut. Oder? Ah, das war mal, wir haben uns gut. Hä? Warte. Ich konnte hier gerade irgendwo was drücken. Ah, andere Seite, okay. Für Gewehr? Oh, cool. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Ah, hier sind doch die Wölfe auch. Ich habe schon Teile gefunden für Gewehr. Da oben war ich schon. Wie komme ich jetzt nochmal da hoch? So, sorry für diese Unterbrechung. Ich werde jetzt nochmal hier so zurückkehren, um das Seil da zu benutzen. Ja, okay. Wie kann ich das hier echt gerne anbrennen? Okay, das war Verspendung. Ähm. Hä? Wie komme ich da oben jetzt wieder hin, ist die Frage, Leute. Wie? Ja. Wie? 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 ich vielleicht einfach mal hochgehen. Häschen! Okay, ähm. Gärten. Was ist das denn für ein Tier? Wir nehmen jetzt erstmal ein Dirk-Kadaver auseinander. 80 EP. Nice. Nehme ich doch gerne. Okay, das ist voll. Untersuchen! Wir haben noch was gefunden! Jemand hat sich dieses Foto oft angesehen. Es wurde häufig zusammen und auseinander gefaltet. Er kehrte nie nach Hause zurück. Diese Insel hat so viele Leben gefordert. XO, XO. Gossip Girl. Okay. So, das Ding ist, ähm. Hier ist kein Speicherpunkt. Das ist ein bisschen blöd. Weil ich würde erstmal gerne alles bergen. Aber das Ding ist halt, die Folge ist zu Ende. Und das, was hier gerade ist, ist echt groß. Deswegen. Und ich hab keine Ahnung, wo ich hingehe. Muss ich auch mal zugeben. Und das Ding ist, ich werde nicht hier wieder sein, wenn ich dann wieder Tomb Raider starte. Ja. Ah ja. Ah ja. Oh, nice. Okay. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Folge wird länger sein. Ich werde jetzt da hoch zu dieser Hütte gehen. Und dann werde ich mich zum Rauch begeben, weil ich denke, da ist ein Speicherpunkt. Und dann hat man immer noch Zeit, denke ich auch, zu lügen. So. Ja, hallo. Und ganz kurz. Da ist das Signal. Genau. Hier geht's dann gleich lang. Vorher. Wir waren hier schon. Wie geht ihr dat? Das Ding ist, ich kann von hier nicht bis dahin springen. Das ist aber die... Ach, warte mal. Daniel, du bist dumm. Okay. Jetzt hat es bei mir auch Klick gemacht. Sonst ist hier nichts. Ach ja, ähm. Das hier brennt schon. Oh, da kommen wir auch noch hin. Oh, da kommen wir auch noch hin. Was? Ähm. So, ich gehe hier auch noch mal hoch. Ähm. Da fing eine Aufnahme-Session an. Okay, hier hoch zu gehen bringt anscheinend nichts. So. 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 Wie gesagt, Aufnahme geht jetzt etwas länger. Tut mir leid. Ähm. Alter, war das knapp. Und doch mal mehr. Es ist ein bisschen mehr zu gehen. Nein, ich habe das nicht mehr Rio-Seggarten tun. Ich habe das nicht mehr zu gehen. Aber ich habe das nicht mehr zu gehen. Ich habe das nicht mehr zu gehen. Ich habe den Bogen. Und ich habe letztendlich zugehen. hier geht es dann hoch und wenn wir so oder so hoch gekommen so das machen wir jetzt mal eben hier bis zum speicherpunkt geheimnis karten der nähe dann würde ich sagen gebe ich jedoch mal rein ich glaube das ist das wo wir drin waren das sieht ja mal sehr mysteriös aus das sieht sehr sehr mysteriös aus das kann man hier machen wie gesagt folge geht jetzt länger ein sorry alter wo bin ich denn jetzt hier alles klar hier gehen wir das nächste mal hin ich möchte jetzt den speicherpunkt haben das heißt wir gehen jetzt echt schnell zu diesen punkt wo meine brille zu diesem punkt und wie gesagt das jetzt die letzte folge nach beim hier angespielt wir haben sehr viel bergungs gut gefunden wir haben upgrades die wir noch am lager durchführen können also wir haben sehr viel in dieser einzelnen folge aber auch geschafft wie gesagt ich möchte jetzt einfach nur so schnell wie es geht doch kann mich jetzt ein So, dann haben wir es auch geschafft. Boah ey, natürlich musste das noch passieren. Aber das Gute ist, hier ist jetzt... Ich hoffe doch, hier ist jetzt ein Speicherpunkt. Würde ich jetzt mal drauf wetten, das wäre so ziemlich scheiße. Wenn dann ist es so, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann übermorgen zu einer weiteren Folge von Tomb Raider. So langsam geht es hier mal mehr ins Eingemachte. Kämpfen, Bergungsgut, Leute finden, Rettungsaktionen. Ich denke, da kommt noch sehr, sehr viel mehr. Und wenn ihr auch seid, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was tolles in die Kommentare. Und bis übermorgen dann. Und bis dann. Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreude. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Tschüss.